Das war die schlimmste Geburtstagssong-Version, die ich je gehört habe. Ja, es liegt aber nur daran, dass dein Gesang nicht mehr up-to-date ist, weil du so lange aufgehört hast zu arbeiten. Bring mal deinen Gesang auf ein neues Level, Mann. Wir sind ein Jahr. Also wir haben zwei Verwarnungen bekommen von YouTube. Zwei Verwarnungen? Ja, ja, genau. Wir haben zwei Verwarnungen bekommen, weil wir das Wort Corona gesagt haben. So nach dem Motto, ja, das bitte dürfen sie nicht monetarisieren. Weil wir das böse Wort gesagt haben. Aber kann man das auch nicht sagen? Ist das theoretisch nicht auch eine Biersorte? Es ist eine Biersorte, das weiß ich. Kann man nicht einfach auch das Wort sagen und damit das Bier meinen? Nein. Nein, kann man nicht. Ja. Okay. Es gibt auch einen Fluss in Afrika, den man auch nicht sagen darf. Oh, scheiße. Wie soll ich denn überhaupt noch artikulieren, wenn alle Wörter verboten werden? Wow. Zensur. Schummelbude. Schummelbude? Woher kam das nochmal? Softpark. Softpark. Oh mein Gott, du hast recht. Oh Mann. Puh. Das sind die guten Zeiten. Ja, die guten Zeiten. Wir sind ein Jahr alt. Ist das nicht krank? Ja. Seit einem Jahr machen wir diesen Quatsch hier. Ja. Wie viel ist das jetzt? Ist das die zehnte? Das ist die zehnte, ja, tatsächlich. Boah. Ich hab ja am Anfang so gedacht, locker, pro Monat eine Folge, kein Problem. Am Arsch. Ja, wir haben zu oft das böse Wort gesagt. Ja, genau. Es gibt noch andere Folgen, aber die wurden gesperrt. Die darf keiner sehen. Ja. Ich hab demnächst, ich wollte auch erwähnen, ich hab demnächst meine Nichten zu Besuch. Was, was, was? Wirklich? Meine Nichten kommen tatsächlich zu Besuch, ja, für ein paar Tage. Ich bin, ich bin dann der Onkel, der, der hier wirklich hier, ähm, so volles Programm, Pädagogik, ja. Ist krass. Ja. Also ich fühle mich dann erwachsen, weißt du. Und gibt's schon spezielle Pläne? Äh, ich hoffe natürlich Clip and Climb klettern, ich hoffe das, dass es dann geht. Uh. Ist natürlich der Wahnsinn, ja. Klettern, das wär natürlich geil. In Leipzig machen die Kinos vielleicht demnächst wieder auf. Ja. Vielleicht. Hab ich auch gelesen. Vielleicht. Und, ähm, ich find das krass, also wenn, wenn das halt eben, meine Nichten würden halt eben so um den 26., 27. vielleicht kommen, ab dem Zeitpunkt dort, ja. Mhm. Und, äh, das wäre schon cool, wenn das dann auch machen würde. Und, ähm, ja, also ich würd mich da auf jeden Fall freuen. Und natürlich, was ich auch noch besorgt habe, ist, äh, ich hab mir, ähm, mein, ähm, gutes altes Mario Odyssey wieder besorgt, was ich ausgeliehen hatte. Ui. Weil das müssen natürlich meine Nichten auch spielen. Und zwar komplett durch müssen sie es spielen. Äh, ja, deswegen sind sie ja da für ein paar Tage. An einem Tag. An einem Tag schaffen die es nicht. Ja, ja, klar, logisch. Natürlich. Aber, aber der Punkt ist, Seppel, wie lange brauchst du, um Mario Odyssey von einem Punkt, also von Start zu Ende zu spielen? Also bis Bowser besiegt ist? Um Gottes Willen, was weiß ich? Du fragst mich Sachen. Ich glaube, ich hab 40 Stunden gebraucht. Aber, na, ich glaub, ich hab 40 Stunden gebraucht mit den ganzen, äh, Monden. Mhm. Aber du, keine Ahnung. Ich hab, du fragst immer solche Sachen, wo ich keine Ahnung ... Aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt starte, ja, das Spiel starte, von euch starte. Zwei Stunden, zehn Minuten. Aha. Ja, also, wenn du nur bis, bis Bowser spielst, ohne Monde und alles. Und einfach nur durchrushst, okay. Mhm. Genau, und du musst ja immer eine bestimmte Anzahl an Monden kriegen. Ja. Ja, genau. Ja, das ist machbar. Das ist bestimmt machbar. Ja, ja, zwei Stunden, zehn hab ich gedacht oder so. Aber ist das die, ist das die wahre Mario Odyssey-Erfahrung? Ja. Ja, Arschloch. Okay. Ähm. Ein Jahr ist es jetzt schon her. Es ist Wahnsinn. Ja. Und weißt du was, wenn man auf die Höhepunkte zurückblickt, es gab ein Nintendo Direct. Ich hab grad gedacht, du würdest sagen, die Höhepunkte. Es gab keine Höhepunkte. Ja. Der Höhepunkt war Nicolas Cage. Der Höhepunkt war immer noch ... Immer, immer. War immer noch dieser erste Film, den du empfohlen hast, die Farbe aus dem All. Ich sag dir ja, ähm, Nicolas Cage, gell, Arthur Smith, haben wir darüber gesprochen, dass der den Tiger King spielen wird. Ja, das, äh, hast du glaub ich erzählt. Hab mir irgendwann erwähnt, ey. Es ist ... Oh. Vor allen Dingen, was ich echt interessant finde, dass so viele ... Was heißt interessant? Das ist eigentlich logisch. So viele Leute haben jetzt innerhalb von der ... Von der Abschiedstournee der Backstreet Boys angefangen, einen Podcast zu machen. Ja, irre, oder? Es sind so viele fucking Podcasts entstanden. Und ... Und dann was ... Wir haben die geniale Idee, einen Podcast zu machen. Ja, es ist ja okay. Also, ähm, weil aufspringen auf dem Wagen, das können wir ganz gut, wir beide. Absolut. Also, erst mal, ähm, schon mal mit dem Podcast natürlich, auch mit dem Let's Playen. Ähm, das war auch eine ganz, ganz besondere Erfahrung. Mit dem 30 Werden, da sind wir auch extrem, ähm, auf dem, auf dem Zug aufgesprungen. Mit was? Mit was? Mit dem 30 Werden. Ach, mit dem 30 Werden, ja, absolut. Das hat auch schon jeder gemacht, genau. Hat auch hier schon jeder und seine Oma gemacht. Ja. Also, Originalität wird bei ... Bei Shish Talks und Shish Plays ganz groß geschrieben. Auf jeden Fall. In Klammern. Wir lieben. Wir reagieren auch auf ... Äh, unsere letzte Folge von Super Smash Bros. Das hast du ja gemerkt, auch unten bei den Kommentaren, oder? Dass dann, dass dann, äh, nochmal zwei geantwortet hatten, die, ähm, die das, die den Smash-Club vermissen. Ja. Ja, da ging's doch richtig los. Da kamen dann die ganzen Fans. Da kamen dann die ganzen Fans, ja. Die ganzen zwei, drei Fans. Aktiven Zuhörer, die wir haben. Ja. Hui! Es ist schon was. Also, es ist, ähm, irgendwie, es kommt mir nicht so lang vor. Und es kommt mir nicht so vor, als hätten wir schon so oft gesprochen, weißt du? Nein, mir auch nicht. Überhaupt nicht. Aber die Zeit rast. Es ist, es ist ja vor allen Dingen, seit es wieder in den Lockdown ging, ich glaube, im November war das, oder Dezember, ist schon wieder ein halbes Jahr vergangen. Es ist, es ist gruselig. Ja. Es ist richtig krass. Es ist abartig. Aber okay, wir reden ja nicht über die Abschiedstournee. Aber wann warst du das letzte Mal hier? Äh, Backstreet Boys. Wann ist das letzte Mal da war? Vor ein paar Monaten? Ja, 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 ja. Ich glaube, Februar war ich da. Februar, ja. Ja, das ist schon was. Also, wie soll ich sagen? Also, wir haben, ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, man macht so in dieser Phase, in dieser Zeit so 30, 40 verschiedene Stufen von Selbsterkenntnis durch. Was war deine Selbsterkenntnis? Ich mag Videospiele. Niemals. Um, um es mal ganz grob zu sagen, seit, seit ich ja, ähm, letztes Jahr habe ich ja dieses, dieses, ähm, mein Spielernotizbuch gemacht, ja. Mhm. Und, ähm, das hat ja auch irgendwie geholfen, mir nochmal ein bisschen mehr, also ein bisschen anders auf Dinge zu blicken. Ja. Auf, auf Spiele zu blicken und das ein bisschen anders zu analysieren und, ähm, das fand ich eigentlich ganz schön. Also, das ist etwas, was ich so für mich entdeckt habe. Auch die Programmierung habe ich auf eine andere Art und Weise für mich entdeckt, äh, seit letztem Jahr. Mhm. Also, in diesem einen Jahr jetzt hier so, äh, da habe ich ganz, ganz viel irgendwie für mich entdeckt. Und, ähm, ja, was soll ich sagen? Es ist, ähm, ich glaube, ich glaube, ich versuche ein bisschen anders zu lernen, äh, ich versuche zu lernen, anders zu kommunizieren, glaube ich, mit Menschen. Ich versuche das zu lernen, aber irgendwie fällt es mir immer noch schwer. Was meinst du genau mit kommunizieren? Ich habe das Gefühl, dass, dass die Art und Weise, wie ich kommuniziere, in den letzten Jahren irgendwie gleich gewesen ist. Okay. Dass ich, dass ich, dass ich mich wenig entwickelt habe in dieser Hinsicht und, ähm, ja, ich habe versucht, ich weiß nicht, ich habe irgendwie letzter Zeit bemerkt, ähm, dass, dass ich vielleicht ein bisschen mehr darüber nachdenke, was ich sage. Mhm. Verstehe. Nicht, um blöd zu klingen, aber ich versuche einfach ein bisschen anders Gespräche zu führen, um mit, um mehr, äh, über Leute zu erfahren. Mhm. Ja, es ist, es ist schwieriger, als man denkt. Also, auch für mich, ich habe, also vor allen Dingen, als ich jünger war, hatte ich vor allen Dingen Schwierigkeiten, immer mit, mit anderen Leuten zu kommunizieren, ohne dass man irgendwie wie ein Volltrottel wirkt. Ja. Das ist nicht so einfach. Und, ne, da braucht es eine Zeit, bis man so rausgefunden hat, wie man mit Leuten spricht und, dass man auch, dass man auch einfach Sachen, also, dass man sich auch einfach Sachen traut und, ne, dass man nicht zu, zu schüchtern ist, aber auch jetzt nicht zu aufdringlich, weil dann wirkst du auch schnell wie ein Arschloch. Ach, ja, 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 das sowieso, ja. Ähm, ich, ich glaube halt eben, also ich bin, ich bin ja ein relativ, äh, extrovertierter Mensch, ja, und ich glaube, das macht es ein bisschen schwierig. Ich habe, ich habe sehr gerne, ähm, introvertierte Menschen um mich herum in letzter Zeit. Mhm. Also, ich, ich verbringe da sehr gerne mehr Zeit, aber es ist halt eben schwierig, mit introvertierten Menschen Gespräche zu führen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass man, also, dass es mehr, ähm, also, dass es mehr Aufmerksamkeit braucht. Ja, 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 es kommt, kommt auf die Personen an, aber ich weiß, was du meinst. Und, ähm, ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, mein Hirn, ähm, arbeitet an, also arbeitet sehr, sehr stark so fixiert auf Dinge, Beobachtungen, ganze Betrachtungen, Problemen, Lösungsorientierung irgendwie. Und, äh, ich habe, ich habe zum Beispiel jetzt auch das Gefühl, gerade wenn ich auf den Bildschirm hier gucke, ja, ähm, dass jetzt hier gerade mein, mein Pegel läuft, ja, und die Aufnahme läuft und jetzt da 1149 steht, 1150, 1151, ja, das lenkt mich schon fast schon ab, ja. Deswegen mache ich den Bildschirm dann, ähm, dann so dunkel, wie es geht, ja. Das ist eine gute Idee. Ja, es ist so, es ist so, ähm, irgendwie, ich weiß nicht, ist vielleicht so eine, ist vielleicht so eine, so eine Sache, die schon immer da war, ich habe es aber nur nicht richtig gemerkt. Ja, manche, manche Sachen fallen dann halt einfach erst viel, viel später auf, ne? Ja, also über das eigene, über die eigene Person. Über die eigene Person, genau, die einem sonst nicht bewusst geworden sind. Oder wenn auch Leute über dich Sachen erzählen, die du vorher noch nie bewusst wahrgenommen hast und denkst, so, was, so wirklich auf andere Leute oder das, das mache ich, krass, das ist mir noch nie aufgefallen. Ich fürchte manchmal so wirklich, ich fürchte manchmal, ähm, dass ich, dass ich irgendwie daneben gewirkt habe, ja. Dass ich irgendwas komplett, komplett am Arsch gemacht habe, richtig, richtig scheiße, wie ein Arschloch halt einfach, ja. Aber manchmal habe ich so Situationen, da komme ich nach Hause und denke so, Gott, Daniel, war das heute richtig arschig von dir und keiner hat einfach ein Feedback gegeben? Ich weiß es manchmal nicht. Man weiß es halt nie. Aber ich, lieber, lieber einen Fehler zu viel gemacht, als ein zu wenig, würde ich mal behaupten. Also heute Morgen, sieben Uhr war ich an der Schule, sieben Uhr ungefähr, ja. Komm rein und so wie ich meinen Tag normalerweise beginne, ist halt eben, ich, ähm, packe meine Tasse aus und ich gehe an die Kaffeemaschine. Mhm. Und heute, der 17.05. war ein Tag, der eine Wiederholung eines, eines, ähm, verheerungsvollen Tages versprochen hat, ja. Okay. Eine Katastrophe, die am Rande des, des, ähm, Himmels schon abzusehen war eigentlich, ja. Ja, denn heute, genauso wie an einem einzigen Tag im Jahr 2018, einen einzigen einsamen Tag im Jahr 2018, gab es keinen Kaffee mehr. Ja. Und das ist auch gerne, der Tag am Jahr 2018, das ist gerne der Tag, den ich als, der Tag, an dem das, das Lachen gestorben ist im Lehrerzimmer, ja. Das ist dieser Tag im Jahr 2018 gewesen. Und wir kennen das alle. Wir kennen das alle. Und ich bin dann heute Morgen, so um sieben Uhr, heldenhaft, ja, wie ich es bin. Was sonst? Zum Tee gut getrottet, um dort Kaffeebohnen zu kaufen, bevor die meisten Kollegen kommen, ja. Wow. Ich war dann so, ich war dann so gegen sieben Uhr fünfundzwanzig wieder im Lehrerzimmer und hab den Kaffee vorbeigemacht. Da standen schon zwei Leute an der Kaffeemaschine schon, schon mit einem Blick, der äußerst traurig war und haben darüber gesprochen, dass es keinen Kaffee mehr gibt, ja. Dann komm ich da an und pack dann meinen Kaffee da aus, ja, und noch zwei Packungen Milch und dann so, nur so, okay, hier. Und dann kamen schon alle so langsam ins Kaffee, in diese Küche reingelatscht, ja, und so reingelatscht und waren dann so, oh mein Gott, hier riecht es ja richtig, hier riecht es ja richtig gut, ja. Und da hab ich dann die Melanie getroffen, die das gesagt hat, die Melanie hat morgen früh Geburtstag, also nicht morgen früh, aber morgen morgen. Und sie war die Person, die mich auf die Farbe aus dem All gebracht hat. Und so schließt sich ihr Kreis. Genau, und so schließt sich der Kreis von einem Jahr. Und morgen ist auch der Tag, an dem Rheinland-Pfalz Geburtstag hat. Morgen hat Rheinland-Pfalz Geburtstag? Ja. Also, das ist dann jetzt schon längst vorbei, wenn man das hier sieht und hört. Ja. Also, morgen am 18.05. Richtig. Aha, und wie alt würde Rheinland-Pfalz? Jetzt lass mich nicht so schlecht dastehen. Aber ich kann doch nichts anderes. Ich hab nur den Kaffee gebracht, Mann. Lass dich schlecht dastehen lassen, ja, und ich weiß, dafür sollst du auch schon eigentlich ein Avenger sein, in meinen Augen. Das bitte ich ja auch in deinen Augen. Mindestens. Oder in X-Men. Ja, und seit neuestem bin ich verlobt. Wuhu! Ja, richtig, und der liebe Kollege da, du wirst doch alles für mich organisieren, oder? Du wirst doch mein Trauzeug, oder? Wow, die Frage machst du bei dem Podcast, das ist ja mega. Ja, weil ich möchte dir keine Chance geben, abzunehmen, natürlich wie eine Chance. Ja, ansonsten, dafür gibt's ja die Schneidefunktion. Nee, gibt's eben nicht, ja. Cut. Ich muss die ganze Zeit summen, damit die Leute nicht merken, in verschiedenen Höhen, muss ich die ganze Zeit summen, damit die Leute nicht mehr merken, dass das geschnitten wurde. Ich kann das so zusammenschneiden, dass du sagst, mein Penis ist wunderbar. Was, mein Penis ist was? Wunderbar. Achso, ja, wunderbar. Ich kann auch irgendwas anders. Jetzt hast du alle Worte, ich hab dir alle Worte gegeben. Ich kann dir auch, ja, eben. Ja. Mein Penis ist wunderbar. Mein Penis ist wunderbar. Mein Penis ist wunderbar. Mein Penis ist wunderbar. Möp. Das ist die Idee. Ich werde alles für dich organisieren, auf jeden Fall. Ja. Das ist doch wohl logisch. Ähm, kriegen wir dann Blackjack und Nutten, aber ich möchte keine Nutten und ich möchte auch keinen Blackjack. Aber weißt du, was ich damit gewachsen habe? Ja. Weißt du was, weißt du was? Hau raus. Mit Blackjack haben wir unseren Kreis geschlossen. Mit Blackjack? Achso, ja, natürlich. Ach, das war jetzt deine Überleitung. Alles klar. Wow, das ist hier eine richtige Achterbahnfahrt, dieses Jubiläum, diese zehnte Folge. Hier geht's von emotionalen, emotionalen, ähm, Tiefpunkten zu absoluten Höhepunkten. Dass da wäre, dass ich jetzt offiziell Daniels Trauerzeuge bin. Und, und vielleicht spielen wir ja am, an deinem jungen Gesellen in Abschied auch etwas Clubhouse Games oder 51 Worldwide Games auf der Switch. Ja. Warum, warum ausgerechnet das Spiel? Genau, weil das heute unser, unser lustiges Thema ist, über das wir quatschen. Ja, und ich finde, ähm, dass du das vorgeschlagen hast, ähm, ist extrem gut, dass du das vorgeschlagen hast, weil, ähm. Weil es ein Switchspiel ist und das zieht und die Leute lieben aktuelle Switchspiele. Ja, sowieso. Und, äh, morgen zum Beispiel ist auch, ähm, meine Kursarbeit in der 10. Klasse. Und da geht es in einer Aufgabe um Pokémon Snap. Und damit kommen wir zu Pokémon Snap. Nein, eben nicht. Also, ähm, das Ding ist, ähm, ich finde, ich finde mit Clubhouse Games, 51 Worldwide Classics, ja, ist das der richtige Name so? Ja. Ja, genau, ist er. Warum? Also, im Englischen heißt es Clubhouse Games und im Deutschen heißt es, glaube ich, nur 51 Worldwide Games. Ja, okay. Und, ähm, ich finde, das ist halt eben eines dieser Titel, die, die so aus dem Nichts kamen, ja. Es wurde ja vorgestellt und dann irgendwie zwei Monate später war es da. Ja. Und das ist, ähm, ich finde, Nintendo macht ab und zu solche Titel, die sie so ab und zu rausbringen, so einfach aus dem, praktisch aus dem Nichts heraus. Und das ist dieses Jahr zum Beispiel auch ein Spiel im Juni jetzt, ähm, wo man eigene Spiele entwickeln kann mit ... Ach, genau, dieses, ja, ja. Irgendwas Garage, also Garage im Englischen, aber im Deutschen ist es, glaube ich, irgendwie Spielentwicklung, bla. Ja, genau, ich habe den Trailer gesehen, es sah ziemlich cool aus. Und ich finde jetzt nicht heraus, wie es heißt und so. Auf jeden Fall, das habe ich mir vorbestellt, weil ich das auch im Unterricht verwenden möchte. Sehr, sehr cool jedenfalls, ähm, aber kommen wir zum Clubhouse Games. Letztes Jahr rausgekommen, ja? Letztes Jahr, das war eins der erfolgreichsten Spiele von Nintendo, glaube ich, letztes Jahr. Weil letztes Jahr war es ja sehr spärlich, aber das war so neben Animal Crossing eins der Highlights, glaube ich. Genau, das Spiel wurde letztes Jahr, ähm, also es wurde 3,14 Millionen Mal verkauft, wie ich das hier gerade auf dieser Webseite lese, ja. Ja. Äh, 3,14 Millionen Mal ist für einen Titel von Nintendo zu dieser Zeit recht groß, ja, also recht viel gewesen. Man muss ja bedenken, was letztes Jahr so rausgekommen ist, war ja relativ spärlich, ja. Sehr spärlich, ja. Ja, wir haben ja letztes Jahr halt eben Animal Crossing bekommen, was, was ja extrem gut verkauft, also wirklich, wirklich extrem gut, ja. Ähm, das haben wir bekommen und dann war aber irgendwie nichts mehr und dann kam halt eben die Mario 3D Allstars Sache. Genau. Und das war irgendwie unser gesamter Herbst und unser Winter. Ja, und das war, das kam im April raus. Das kam letztes Jahr im April, ja, näher, Juni kam das raus, Juni. Stimmt, Worldwide war es Juni, genau. Ja, richtig, äh, und, ähm, ich hab das relativ frühzeitig gekauft auch, weil ich, ähm, weil ich, also, einfach die Idee gut fand, auch für, für Spieleabende und so was. Und ich war, hatte auch kurz danach, hab ich auch meine, meine Nichten getroffen und hab dann mit denen ein bisschen viel daran gespielt und auch mit dir an einem Jugendgesellenabschied auf dem Rückweg. Stimmt, genau, ich erinnere mich. Ja, und, ähm, das ist halt eben, ist halt eben ganz cool. Und würdest du, also, ich weiß nicht, was möchtest du darüber, ähm, wie machen wir das? Also, ich, also, ich kann erstmal noch sagen, was ich auch nicht wusste bis vor kurzem, dass das Spiel quasi, quasi eine Fortsetzung ist von einem DS-Teil, weil es gab schon mal das Clubhouse-Games für den DS 2005 und da waren es, glaube ich, 42. Da heißt es 42 Spiele-Klassiker im Deutschen. Im Deutschen dann. Aber es ist die Clubhouse-Games-Reihe und davon kam halt jetzt, im Prinzip kann man sagen, eine Fortsetzung. Mhm. Mit 51 Spielen halt. Aber ich wusste das nicht. Ich hab einfach nur gesehen, das ist eine Sammlung von Spielen und fand das sehr cool. Und als ich dann gesehen habe, dass das so, also, was für Spiele dabei waren und wie, wie cool das ist, sowas auf der Switch zu haben, einfach zum Pick-up und Play, hab ich gedacht, so, geil, das brauch ich. Und dann hab ich halt gewartet, bis es mal runtergesetzt war, glaube ich, weil das kostet, es hat schon 50 Euro gekostet? Ja. Oder war es günstiger? 50 Euro? Ich glaube, das kostet entweder das oder 40. Es war relativ teuer. Also, ich meine, der Preis ist in Ordnung, finde ich, aber ich hab erst mal gewartet, bis es dann runtergesetzt wurde, weil ich hatte noch irgendwie tausend andere Sachen zu spielen und dann hab ich mir das geholt und bin echt begeistert davon. Ich find das echt klasse, das macht sehr viel Laune. Hast du viel im Multiplayer gespielt? Tatsächlich nicht so viel, aber mit, ein Lehn zocke ich oftmals auf einer Switch, was sehr gut funktioniert. Was ich auch super geil finde, dass du im Multiplayer viele Optionen hast, dass du nicht nur die Joy-Cons hast, sondern dass du auch auf einer Switch mit Touchscreen zocken kannst. So, das find ich super klasse. Das hab ich auch. Also, ich hab die, ich sag mal jetzt, die Hauptleute, mit denen ich gespielt hab, waren tatsächlich meine Nichten, ja, als ich im Sommer da war, letztes Jahr. Ja, und da hab ich, hab ich relativ viel davon gespielt, aber nur bestimmte Spiele, ja. Ja. Und ich find's sehr, sehr interessant, weil das so, weil das von diesen Spielen halt solche Prototypen an Spielen sind, ja. Also, es sind halt eben wirklich, es ist nicht sowas wie die fancy Erweiterung zu diesem und diesem Spiel. Es sind halt eben wirklich das Grundlegende vom Grundlegendsten dieser Spiele, ja, mit denen du arbeiten kannst. Nicht der Prototyp, sondern der Archetyp, sag ich jetzt mal so. Ja, okay, ich versteh, was du meinst, ja. Ich find aber auch cool, diese ganze Aufmachung mit diesen, mit diesen Spielzeugfiguren, die mit sehr, mit sehr peinlichen Texten manchmal versuchen, da Witz reinzubringen. Aber so dieses ganze Thema, dieses ganze Thema von so Spielzeugfußball, also Soccer und so weiter, die sind ja alle so, Boxing, das ist alles so im Spielzeugformat aufgemacht. Das ist ja nicht mit echten Menschen oder, ne? Also andere Spiele, sowas wie Billard oder so, das ist quasi halt, oder Bowling, das ist ja Billard und Bowling. Aber wie Fußball, auch das Tennis, das ist echt putzig gemacht. Du hast halt solche kleinen Spielzeugmännchen, auch Baseball ist, glaub ich, als Spielzeugthema gemacht. Und das find ich sehr knuffig, also sehr putzig gemacht. Also sehr schön, und die Spiele sehen auch, dafür, dass es nun nur, in Anführungsstrichen, eine Spielesammlung ist mit so einfachen Spielen, ist die Optik tatsächlich sehr schick, finde ich. Die Grafik ist wahnsinnig gut hier. Ja, so fotorealistisch an vielen Stellen. Ja, genau, richtig, also du siehst bei allem Möglichen, siehst du so, also ich sag mal bei vier Gewinn auch, ja, der Hintergrund ist so ein bisschen blurry, gell, und man sieht dieses Plastik, und es sieht halt eben aus wie Plastik, oder könnte sogar fast schon Glas sein, ja. Aber diese Kristallkugeln bei einem meiner liebsten Spiele, das ist das, ich weiß nicht, wie es in Deutsch heißt, das heißt Mastermind, ja. Ah, ja, ja. Das Spiel, wie die coolen aussehen. Code Knacker heißt das, glaub ich, im Deutschen. Code Knacker heißt das hier, genau. Richtig, richtig cool, ja, also generell, das sieht bei Mühle auch, ja. Ja, ja. Also es sieht richtig, richtig schick aus, ja. Und selbst dieses Spiel wie Käsekästchen, ja. Ja, genau. Total krass, also dieser, dieser richtig süße Effekt, ja, aber es sieht einfach total gut aus, optisch richtig gut aufarbeitet. Also selbst, selbst die dümmsten Spiele kriegen optisch richtig viel spendiert. Ich weiß, bist du ein Fan von Käsekästchen? Ich überhaupt nicht. Ich hab's gerne gespielt jetzt, also ich hab erst, ich hab erst jetzt, ähm, also ich hab Käsekästchen nicht gekannt, ja, vorher. Ach, du kanst das gar nicht? Ich kannte Käsekästchen vorher nicht, ja. Das ist auch so ein Schulspiel, glaub ich, oder? Ja, du, also ich hab Schulspiele gespielt. Hallo, anderen Acha-City-Boys. Du bist im Ghetto aufgewachsen. Ja, ich sag dir, das Einzige, was wir gespielt haben, war, ähm, Stechen oder Löffel, ja. Du darfst dir eine Hand aussuchen und entweder hast du nachher eine Nabe oder du hast halt eben was zu essen. Ja. Oma-Schubsen. Ja, ganz genau, Oma-Schubsen. Ja, also, was ich halt eben, fangen wir einfach mit Käsekästchen mal an gerade, ja, wenn wir schon dabei sind, ja. Ich hab das Spiel vorher nicht gekannt. Ja. Und ich hab's gespielt und ich hab's auch mit einem, mit einem Junge hier gespielt, mit einem Fünfjährigen, als es rauskam im Dreh herum. Und ich find, das Spiel ist nicht sonderlich fair. Käsekästchen? Ja. Ja, total. Also, nicht fair, es ist langweilig, so. Ja, genau, es ist langweilig, es ist total eintönig, es ist, ich find auch, das ist immer dasselbe, also, es ist total dumm irgendwie, ein dummes Spiel. Aber gleichzeitig, aber ich muss aber dazu sagen, ich find, es ist halt eben ein Spiel, womit du kleinere Kinder oder Jugendliche, äh, nicht mal Jugendliche, aber jüngere Personen ein bisschen angewöhnen kannst an dieses Spielen. Mhm. Das ist etwas, was du mit einem Kind spielen kannst auch. Ja, also, du hast, du hast eine, logischerweise, eine sehr große Variation an Spielen und manche sind deutlich komplexer, sowas wie Schach oder Mayong und dann hast du halt sowas für Käsekästchen oder vier Gewind, die sehr simpel sind, logischerweise. Und natürlich hat man dann als dritte Kategorie, ja, um das mal kurz zu mal sagen, es geht hier nicht nur um, um diese, diese klassischen Spiele, ja, sondern als dritte Kategorie gibt es auch noch in meiner Sicht die Action-Spiele. Also, das sind Spiele, die, die, ähm, eben ursprüngliche Genre auch reaktionär sind. Das heißt also nicht, äh, es geht nicht nur darum, ähm, dass das Zug für Zug, Aktion für Aktion kommt, ja, sondern das sind Spiele, die auch einen gewissen Input erwarten, ja. Zum Beispiel halt eben das, ähm, die, dieses Fußball, ja, also die Tischkicker da praktisch. Ja. Und auch halt eben Bowling, ja, das Klassische. Man kann ja Bowling theoretisch nicht, ähm, so machen, dass das praktisch Zug für Zug läuft und der Ball sich jede Sekunde, also, dass man die Kugel jede Sekunde, ähm, unter Kontrolle hat und so, ja. Ja. Das sind also solche Dinge, die da halt eben wichtig sind. Das ist nicht dieses Turn-Based, ja. Genau. Das ist die Action-Spiele als dritte Kategorie. Ähm, ja, bei Käsekästchen, ja, das ist, das hat mich schnell gelangweilt, aber die Aufmachung hat mich trotzdem immer noch, ähm, sehr, sehr motiviert, ja, das muss ich schon sagen. Genau, also selbst, selbst die kleinsten Spiele sind optisch sehr fein gemacht. Also, zum Beispiel auch bei, ja. Das, das Einzige, was ich optisch jetzt nicht so pralle finde, ist dieser Moorhuhn-Klon, dieses Shooting Gallery, wo du halt, äh, Sachen abschießen musst. Das ist ein bisschen, das sieht ja nicht so spektakulär aus, aber die meisten anderen Spiele, glaube ich, sind echt, selbst die Kartenspiele, die haben irgendwie sowas, die haben so diesen, so ein bisschen Las Vegas-Flair, was ich irgendwie sehr cool finde. Ja, das, ja, genau, richtig, richtig. Ähm, das, eine Sache ist, ähm, das, ach, das ist total komisch, und zwar, ist dir, also bei Käsekästchen, ja, das ist mir erst später aufgefallen, ja. Ja. Wenn man dort, ist, ist eigentlich irre, ja, aber, ähm, man, man macht ja diese Striche, ja. Ja. Und dann werden die Kästchen ausgemalt mit einem Stift, ja. Genau. Und das ist ja so dargestellt, als würden da zwei Personen gegenüber voneinander sitzen, ja, und die roten Kästchen werden von oben links nach unten rechts gezeichnet, ja, und die blauen Kästchen demnach so, als wäre da gegenüber eine Person, ja. Okay. Das sieht man an den Strichen, an der Strichrichtung, ja, die roten gehen immer, also sind immer diagonal oben rechts nach unten links, und die blauen sind in der, sind in der Gegenrichtung diagonal. Ah, okay, jetzt sind wir schon sehr tief in der Materie. Ja, ja, und vor allen Dingen auch, also, nein, muss man, muss man mal wirklich loben, dass diese, dass diese Leute Gedanken gemacht haben dazu, ja. Ich sag jetzt mal so, würde ich jetzt so ein Handyspiel entwickeln, ja, und möchte gerne Kästchen als Handyspiel entwickeln, dann würde ich das so machen, dass ich einfach nur die Leute auf tippen lasse, auf die, auf die Linien, ja, und dann wäre die Linie einfach blau, ja, oder rot. Genau, ohne eine Animation. Und wenn der Kasten, genau, und wäre der Kasten halt eben fertig, dann würde ich einfach sagen, der ist jetzt rot oder der ist jetzt blau. Ich würde das also ohne unbedingte Animationen vielleicht so ein kleines Aufploppen haben, ja. Aber, wenn die, wenn du einen Kasten durchliest, dann macht er ja dieses Krickelkrackel da rein, ja. Und Seppl, jedes Krickelkrackel, es gibt, es gibt viele verschiedene Krickelkackel bei denen. Es gibt viele verschiedene Krickelkackel, Daniel Schisch 2021. Nein, nein, der Punkt ist, der Punkt ist, ja, Daniel Schisch, der an seiner Kommunikation arbeiten wollte, nein. Krickelkackel. Was ich meine ist, die haben sich nicht nur gesagt, es ist über dieselbe Animation, die Krickelkrackel unterscheiden sich, ja. Ja, ja, das, ich hab's nicht mehr so im Kopf, aber ich glaube dir, dass das, dass die selbst in diesen kleinsten Sachen noch, in diesen kleinsten Details Variationen eingebaut haben und drauf geachtet haben. Aber das macht das Spiel so, das macht das Spiel so authentisch, selbst, was ich, was ich zum Beispiel sehr toll finde bei Mankala, wenn die, also die Steine sehen zum Beispiel auch, wie du schon gesagt hast, total echt aus. Und die fallen halt, die fallen halt alle total unterschiedlich. Also die fallen halt nicht einfach nur in diese kleinen Dinger rein, in diese coolen, sondern die fallen alle total unterschiedlich. Es ist nichts Besonderes, aber es macht das Spiel einfach so, also ich find die Mischung aus der Optik, aus dieser Optik, die einfach sehr fotorealistisch ist und toll aussieht und dem einfachen Gameplay, also sehr wirklich einfach zu spielen und zu lernen, das find ich wirklich gelungen an diesem Spiel, das find ich klasse. Und das ist ja von ND Cube, ja, dieser Firma, also das ist jetzt der Entwickler, ND Cube, ja. Und das sind ja die Leute, die auch Super Mario Party gemacht haben, ja. Ah, okay. Und auch die letzten, und die auch die Mario Party, eigentlich die letzten paar Mario Party Spiele gemacht haben, auch für den 3DS und so und Mario Party 10 und sowas und so Sachen, ja. Die haben also einen Haufen von diesen Spielen gemacht, ja. Leider auch Animal Crossing Amiibo Festival. Das Highlight der Wii U. Ja, das Interessante ist nämlich, natürlich ist ja Clubhouse Games vom Charakter her ähnlich wie Mario Party, ja. Ja. Durch diese Minispiel-Sache, nur dass da halt eben ein anderer Fokus drauf liegt. Und dieses grafische Update ist mir schon bei Super Mario Party für die Switch aufgefallen, ja. Da gibt's so Minispiele, wo man so zum Beispiel so Fleisch, oder Tofu anbraten muss zum Beispiel, oder Fleisch war's vielleicht doch, ja. Dann hat man so eine Pfanne und muss dann mit dem Switch-Mode hier, muss man dann halt eben diese Pfanne bewegen, ja. Ja. Und das sieht ultra realistisch aus. Ja. Und man merkt, dass das die Vorbereitung war für dieses Spiel. Dass die sich halt eben mit der Engine da auskannten. Also man merkt ja eindeutig, das ist so, vom Stil her sieht das aus wie Mario Party-Mini-Spiele neuerdings, wenn du die Charaktere rausnehmen würdest, ja. Weil die Mario Party-Spiele sind, wenn man die Charaktere sieht, haben sie immer eine Comic-Darstellung. Aber wenn man die Charaktere nicht sieht, ja, First Person oder sonst was, dann holen die immer die geile Grafik raus jetzt bei dem letzten Teil. Aber ich weiß nicht, ob du das gespielt hast, das Super Mario Party. Nee, nein, leider nicht. Nee. Okay. Aber es soll ja nicht so gut sein. Es ist okay, ja, aber, ähm, es ist okay, ja, wirklich. Es ist okay, wenn's 20 Euro kostet. Es ist kein Amiibo-Festival. Es ist kein Amiibo-Festival. Aber, ähm, falls du's mal spielst, ja, kannst du mal drauf achten, die Grafik ist echt krass für ein Super Mario Party-Game. Okay. Okay. Ja. Ja, optisch ist es einfach echt stark, muss man wirklich sagen. Also, das hebt es, glaub ich, auch noch von anderen. Es gibt ja wirklich viele Spiele-Sammlungen für Switch oder 3DS oder was weiß ich. Aber das hebt es halt noch ein bisschen heraus, find ich, dass es optisch so ansprechend ist. Und ist auch krass irgendwie, gell? Wir reden hier ganz über die Optik von so einem Brettspiel-Spiel, ja? Ja, genau, genau. Das soll schon was heißen. Ja. Aber ich find auch toll an dem Spiel, dass die Erklärungen sehr gut und sehr verständlich sind und oftmals auch relativ schnell gehen, je nachdem, was für ein Spiel das ist. Wenn's jetzt kein komplexeres Spiel ist, geht das sehr fix und das find ich toll. Und dadurch kommt man auch zu Spielen, die man vorher noch nie gespielt hat. Sowas wie Mankala hab ich noch nie vorher gespielt und ich liebe es mittlerweile. Oder, ähm, was noch, was noch? Mayong Solitär find ich klasse und, also, wir können ja mal ein paar Spiele herausnehmen, die wir toll finden. Also, ich hab nicht alles gespielt, du wahrscheinlich auch nicht. Ähm, ich hab auch nicht alles gespielt, nee. Ich hab versucht, das meiste anzuspielen, aber sowas wie Baseball interessiert mich nicht und das Angeln hat mich auch schnell gelangweilt. Oder Käsekästchen. Ja, ich hab Jazzi gespielt. Hast du Jazzi gespielt? Oh, Jazzi liebe ich. Das zocken Eileen und ich ganz oft. Das ist so, es ist so ein simples Spiel, aber, aber es macht so Laune zu spielen. Und da auch da, wie die Würfel fallen und das Geräusch der Würfel, das ist so, das ist so, im Englischen sagt man satisfying. Das ist einfach so, es fühlt sich richtig gut an. Und es ist kein VR-Spiel, aber es ist trotzdem sehr immersiv. Ja. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, wenn man auch in dem Touch-Modus ist, dann legt man diese Switch so auf den Tisch, gell? Ja. Das ist schon was. Und das Witzige ist, wenn man das zu zweit spielt, man hat sowas wie, äh, was war das? Wir haben, glaube ich, genau, wir wollten, äh, Reversi heißt das? Oder Abtrünnige am Deutschen? Mit diesen schwarzen und weißen Steinen? Nee. So ein grünes Feld, grünes Feld und du musst, äh, man muss versuchen, so viele wie möglich von seinen Steinen abzulegen. Das ist ein tolles Spiel. Okay. Und dann haben wir gemerkt, wir konnten irgendwie nichts antippen, weil als wir es angehoben haben, die Switch, sind die Steine runtergefallen. Nein. Ja, das ist total lustig gewesen. Und das ist natürlich blöd, weil man muss die Switch quasi gerade auf den Tisch legen, weil wenn du sie quasi vor dein Gesicht hältst, fallen die Steine runter. Das ist blöd, wenn man zusammenspielt. Man muss sie quasi dann auf den Tisch legen. Aber es ist trotzdem ein sehr lustiges Detail. Wahnsinn. Ja. Und es war so ein, what the fuck, das Spiel kaputt? Moment. Ja, Wahnsinn. Echt, ey, krass. Ja. Aber ansonsten habe ich die meisten Sachen gespielt. Was mir, was ich cool und irgendwie blöd finde, ist dieses Hase und Hund Spiel. Das habe ich nicht gespielt. Das habe ich nicht gespielt. Das ist irgendwie sehr cool, sehr einfach und irgendwie auch sehr frustrierend. Musst du mal spielen, das ist sehr, sehr lustig. Du bist der Hase und musst wegrennen oder du kannst die Hunde spielen, die versuchen, den Hasen einzufangen. Aber die Hunde sind total im Nachteil, weil die sich nicht rückwärts bewegen können. Wie auch immer, ist ein sehr kurioses Spiel. Okay. Aber wie gesagt, gibt es auch so tolle Sachen wie Mancala und jetzt muss ich kurz überlegen, was noch. Ja, also Mastermind, hallo? Mastermind ist auch cool. Ja, das kannte ich zwar schon vorher, aber das ist auch sehr cool. Präsident, dieses Kartenspiel Präsident. Ich glaube, das heißt im Deutschen Arschloch. Ja, 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 ja. Aber das habe ich vorher nicht gekannt. Das finde ich super geil. Richtig geil finde ich auch Hex. Ja, Hex finde ich auch nicht schlecht, wobei ich das Gefühl habe, der, der den ersten Zug macht, der hat voll den Vorteil. Und der zweite. Hab ich auch überlegt erst mal, aber es ist gar nicht mal so. Das war auch das Spiel, was wir gespielt haben, oder? Das haben wir, glaube ich, als erst gespielt und ich habe immer verloren und habe gedacht, was ist das für ein Kack? Das ist ein verdammtes Spiel, ich verledige die ganze Zeit. Ja, ansonsten ist natürlich der Klassiker auch immer noch mit Checkers, wer heißt das nochmal auf Deutsch? Dame? Dame, genau, ja. Bist du ein Dame-Fan? Ja. Ja, mit Dame bin ich nie so richtig warm geworden, aber ich habe es auch ein paar Mal gespielt. Ja, aber ich sage jetzt mal ganz grob so, Fan ist vielleicht nicht der ganz richtige Begriff, aber ja, ich spiele es auch mal gerne, ja. Ist nur nichts das, wo ich auf dem Heimweg bin und mir anfange, meine Fingernägel zu kauen, weil ich schon lange mit Dame gespielt habe, ja. Okay, was ist denn so dein Spiel davon, was du immer zocken könntest? Also, was ich immer spielen könnte, ist definitiv Mastermind, also Cold Knacker. Okay. Was ich auch spielen könnte, ist Chinese Checkers. Was ist nochmal Chinese Checkers? Das ist das mit diesem, mit diesem Davids-Stern, also diese sechssackige Stern, und dann hast du da immer diese sechs Bait-Bugeln. Halma heißt das im Deutschen. Halma heißt das hier, echt? Ja. Ja. Stern-Halma. Das mag ich noch gerne, ja. Ja, das ist auch nicht schlecht. Ich habe in der Zeit auch meine Switch auf Englisch gestellt, tatsächlich auch, also schon lange. Hm, okay. Weil man dann auch andere Cutscenes und sowas freistattet bei normalen. Deswegen verstehe ich dich auch nicht mehr, deswegen redest du immer so komische Sachen. Deswegen verstehe ich nichts mehr von dir. Ja, ja, ja. Also, ich habe tatsächlich ein bisschen Schach gespielt. Ich habe versucht, Shogi zu spielen. Äh, Shogi, was ist Shogi nochmal? Dieses japanische Schach. Ach, ja, da habe ich aufgegeben. Also, da bin ich, ich glaube, ich kann mir die Zeichen alle nicht merken. Das macht mich kirre. Ja, ganz genau, ja. Weil das ist ja hochkomplex. Das ist ja noch ein bisschen komplexer als Schach, ne? Ja, ja, und dann gibt es auch so, das Hanafuda habe ich mal versucht, weil das Hanafuda ist das, womit Nintendo, ähm, die Firma Nintendo überhaupt entstanden ist, ja? Genau, genau, ja. Die haben ja, also, die haben diese Hanafuda-Karten früher verkauft und, ja, also, ich habe versucht. Damit komme ich, damit werde ich auch nicht warm. Ich habe es versucht, aber irgendwie musst du da sehr lange lernen, bis du da, bis du dir diese Kombination merkst, ne? Ja, hast du Mahjong gelernt? Ich habe es auch probiert, aber ich habe es aufgegeben. Ist irre, oder? Da gibt es ja die ganzen Zahlen in der Mitte. Ja, also, ich finde es cool, dass sie dafür, für diese komplexeren Spiele auch Tutorials machen. Weil das brauchst du, weil sonst kannst du es, sonst geht das nicht. Aber, ah, ich bin mit Mahjong auch nicht wirklich warm geworden. Also, ich finde Mahjong Solitärklasse, aber das ist halt nur, finde die Paare. Ja, richtig. Ähm, was habe ich auch noch gespielt? Ich habe noch Karom gespielt. Mhm. Das ist das, wo du die, wo du die so schnipsen musst, die ... Oh, das ist cool. Ja. Das ist wie Billard, ne? Ein bisschen, nur mit kleinen Steinen. Ja, genau, genau, richtig. Äh, Curling, hast du Curling gespielt? Curling finde ich auch nicht schlecht, das hat auch was. Ja, 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 ja. Dieses Kack-Toy-Boxing. Das fand ich auch nicht schlecht, das hat Spaß gemacht. Ja, das war witzig, ja. Das ist auch so kurz, so für fünf Minuten mal zu zocken. Ja, ja, haben wir das mit Aileen gespielt, das Toy-Boxing? Ich glaube, das haben wir mit Aileen gespielt, ja. Ja, ja. Ja, das war auch, also, ich weiß gar nicht, war so, also, ähm, ähm, da gab's noch dieses Sliding-Puzzle, ja. Das find ich auch nicht schlecht. Ja. Ähm, natürlich Spider-Solitär, hast du da die Mario-Karten? Ja, natürlich, natürlich. Spider-Solitär kann ich auch die ganze Zeit zocken, das ist auch so ein Spiel, das ist auf jedem Computer drauf, aber irgendwie zock ich das immer so. Vor allen Dingen ist es geil, wenn man online zockt, kann man ja auch Spiele spielen. Und da zock ich dann immer Spider-Solitär, um, wenn ich warte, also, wenn ich zum Beispiel auf einen Gegner an Schach warte oder so. Also, find ich auch sehr cool gemacht, dass man währenddessen spielen kann. Ja. Ja, ähm, und ich muss halt eben sagen, auch Air-Hockey, ähm, das fand ich halt eben von der Steuerung unmöglich. Unmöglich? Ja, unmöglich. Also, ähm, hast du mit Controller gespielt oder Touch? Mit Touch. Das fand ich, das ist alles rumgeflogen bei mir. Also würdest du es lieber mit Controller spielen oder wie? Ich würd das lieber, ich würd das lieber real spielen. Das sowieso, ja. Also, tatsächlich muss ich auch sagen, Air-Hockey find ich auf dem Handy super. Aber, also, auf der Switch ist es dann, da ist der Bildschirm ja, also, da ist das Feld, wo die Air-Hockeys drauf sind, so ein bisschen geneigt. Und da kann man die Switch nicht so gut hinlegen, oder? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, irgendwie schon. Also, da ist es, da kann man die nicht so schön gegenüberlegen. Weil das dann irgendwie gekippt ist und da ist die Ansicht ein bisschen blöd. Ja, Slot Cars. Das ist auch cool. Das find ich auch cool, genau. Das haben wir auch gespielt, das haben wir auch gespielt, ne? Und natürlich die Panzerspiele, ja, relativ witzig. Die machen auch Spaß. Und selbst das blöde Toy-Tennis fand ich witzig. Ich muss mal gucken, was es noch gibt. Mühle, ja, Mühle ist okay. Das nervt mich nach einer Zeit. Ich find Mühle so unfair am Ende. Wenn der Gegner, wenn er nur noch drei Steine hat, wenn er dann plötzlich total überpowert, dann die legen kann, wo er will. Dann ist das ganze Spiel, ich find, das macht das ganze Spiel kaputt. Vielleicht bin ich auch noch zu doof dafür. Und was ich schade finde, dass dieses Go-Moku, also fünf in einer Reihe, nicht Go ist aus Japan. Oder aus Japan, weißt du? Weil Go ist ja noch mal ein deutlich komplexeres Spiel. Und das hab ich mal versucht zu spielen. Das ist auch sehr cool, aber auch sehr komplex und schwierig. Und ich hab gedacht, das wäre das. Aber es ist nur, in Anführungsstrichen, fünf in einer Reihe legen. Ja, hast recht, ja. Also was praktisch, sowas ist wie vier in einer Reihe. Hab ich aber nicht gespielt bisher. Es ist sehr cool, das macht total viel Spaß. Aber dieses Go ist ja auch so ein Klassiker aus Japan. Und das hätte ich gern mal gespielt. Und ich hab's jetzt auf einer Handy-App mal probiert, weil ich das mal zocken wollte. Aber es ist sehr schwierig. Ja, Go wird ja auch immer als so was richtig, richtig Komplexes betrachtet. Also es gibt ja immer diese Frage, wann ist ein Computer besser als ein Mensch in einem gewissen Spiel. Und da gibt's ja dann die Schacht-Computer. Und die Go wird dann immer als schwierigere Version gesehen. Noch komplexer, ja. Ja. Genau. Ja. Ich finde, es fehlt bei diesem Clubhouse-Games noch so was wie Schiffe versenken, finde ich. Schiffe versenken, ja. Dafür hätte man zum Beispiel Käsekäste weglassen können. Oder das Piano. Ja, das Piano hätte man weglassen können. Das ist ja absolut unnötig. Also du kannst, also da hat man eine Oktave auf der Klaviatur und wenn du mehrere Switch-Konsolen hast, kannst du die nebeneinander legen, hast du mehr Klaviaturen. Und, und dann hast du halt noch eine Oktave. Okay. Ich sag's dir, für den Preis, gell, verschiedene Switches, die du brauchst, um das zusammenzulegen, kannst du den gleichen kompletten, kannst du mehrere Keyboards kaufen. Nein, nein, du stellst dir dein Keyboard so zusammen. Ich kauf mir ein Klavier und kauf mir dann drei Switches. Nimmst du dann die ganze Zeit nebeneinander, wie so ein Honk und dann tippst du da drauf rum. Und du hast ja gar kein Feedback, ey. Gottes Willen, ey. Also ich weiß nicht, wie sich das ausgedacht ist. Es ist putzig, aber es ist irgendwie auch total dumm. Absolut. Absolut. Aber ja, es hat Online und es hat Multiplayer und das finde ich sehr cool. und es ist einfach sehr nice. Ich finde sogar die Musik an vielen Stellen echt gut. Ja, es ist sehr, sehr angenehm. Aber sag mal, jetzt ist so deine Empfehlung. Ab wie viel Geld würdest du sagen, ist es, also bis wohin ist es ein Spiel, was man sich kaufen kann? Bis wohin? Bis welchem Preis? 30 Euro. 30? Ja. Ich finde 30 Euro ist ein sehr fairer Preis dafür. Ja. Weil du kriegst halt die, klar, 51 Spiele und ein Piano, aber du kriegst ja halt in sehr guter Qualität und das Gameplay ist einfach echt klasse. Also ich sehe zum Beispiel der Nintendo Switch Download Code, ja, der kostet 40 Euro für das Spiel und das verpackte Spiel in der Version, die man kaufen kann, der kostet 30 Euro. Ja. Dann, ne, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Also ich kann's, ich kann's jedem empfehlen. Es ist so ein klasse Spiel für unterwegs, für zwischendurch und wenn man zu zweit mal was Kleines zocken will oder so, der ist ja, und da ist halt alles dabei. Es ist alles, alles dabei, was man, also für jeden gibt es was, ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, dass durch diese 51 Spiele geht und sagt, die sind alle kacke oder scheiße. Also das ist dann jemand, der kurz davor Suizid zu begehen oder so. Ja, also das ist ein bisschen sehr krass jetzt. Oder Nicolas Cage. Nicolas Cage ist ein bisschen zu clever. Ja, dieser kranke Typ, der muss dann Oma schubsen machen oder sowas. Also was anspruchsvolles. Ja, irgendwie so Andernacher Style halt. Andernacher Style, Bitch. Ja. Aber es ist auf jeden Fall sehr cool. Ein sehr, sehr unterhaltsames Spielchen für zwischendurch. Würde ich auch sagen, würde ich auch sagen, ja. Ist, ist was für die Seele, oder? Ja, es ist was fürs Herz. Für die Emotionalen unter euch. Für die Leute, die epische Storys lieben. Ja. Oder halt eben eine bestimmte Musikrichtung. Sowas wie Jazz. Ey, hast du, ich hab heute schon gesagt, für die Seele, ja, du. Stimmt. Oh mein Gott, ja. Ich bin überhaupt nicht up to date, ja. Also ich, sorry, aber ich komm mit deinen, mit deinen wunderschönen Überleitungen komm ich nicht zurecht. Also die überfordern mich mental und emotional. Das hab ich gemerkt, hab ich gemerkt. Okay. Es tut dir hoffentlich leid. Dann starte mal durch mit deinem Film, den du vorgeschlagen hast. Ja, also, ähm, du warst das letzte Mal hier, du hast es ja vorhin schon gesagt, ähm, und da hast du uns empfohlen, dass wir uns Soul mal angucken können, ja. Ich hab euch Soul empfohlen? Du hast uns Soul empfohlen, ja. Ähm, du hast es, du hast gesagt, du fandest den richtig, richtig gut, ja. Und wir haben ja auch Disney Plus und, ähm, das wurde ja auch die ganze Zeit da angeworben, hab uns aber noch nicht angeguckt gehabt, ja. Mhm. Und nachdem du gefahren bist, ich glaube wirklich, es könnte sogar der Abend gewesen sein, nachdem du gefahren bist, haben wir, ähm, uns den Film angeguckt, ja. Mhm. und ich war, ich war komplett hin und weg, muss ich sagen, ja. Ja, hat er dir gefallen? Der hat mir extrem gut gefallen, ja. Das freut mich. Also schon Wahnsinn, ich bin, ich bin absolut, also, puh, ja, also echt Respekt, ja, für diese Filmempfehlung, also die hat mich auf, hat, ich sag, der Film hat mich auf sehr, sehr vielen Ebenen sehr berührt, ja, schon. Mhm. Ähm, also für alle, die, ich weiß noch, ich guck mal gerade, wann ist der rausgekommen, also der ist 2020 rausgekommen, der ist 15. Dezember, ja. Erster Weihnachtstag letztes Jahr, ja. Ja, also perfektes, ähm, Vorgeburtstagsgeschenk für dich, ja. Ich muss sagen, der Film hat nicht nur den besten Animationsfilm verdient, ich fände, der hätte auch als bester Film, also wenn, wenn es wirklich, wenn es das ginge, ja, hätte der auch bester Film werden können, weil ich hab letztes Jahr, also ich hab, ich bin jetzt auch, wir sind jetzt auch hier langsam dabei, die ganzen Filme zu sehen, die beim Oscar nominiert wurden, ja. Wo, wo könnt ihr die denn sehen? Ja, also wir sind teilweise im Verleih oder sowas, bei irgendwelchen HBO und so ein Kram. Was? Wirklich? Also du kannst halt eben die Filme einzeln mieten, ja. Boah, mega. Ich möchte gern ein paar von den Oscar-Filmen sehen. Die interessieren mich sehr. Also, was wir jetzt gesehen haben, war Minari, Sound of Metal und Nomadland. Oh, ja, den würde ich auch sehr gern sehen. Ja. Die haben wir gesehen, äh, Ja, und ansonsten, also, komm, wir können später drüber reden. Ja, du denkst, dass Soul einer der besten Filme von letztem Jahr ist. Ich finde, Soul war einer der besten Filme von letztem Jahr. Mhm. Und, wir haben, man sieht ja auch bei, bei Disney Plus kann man sich auch solche Features angucken dazu, ja. Mhm. Also sowas wie Making-ofs und sowas. Ich fand das, das haben wir uns auch angeguckt danach, und ich fand das auch sehr, sehr schön, ja. Nicht nur ist die, es geht halt eben um, um diesen Joe, Joe Gardner, sehe ich gerade nochmal, dass der so hieß, ja. Genau, der Jazz-Pianist. Der Jazz-Pianist, genau, und der, der arbeitet am Anfang des Films in der Schule als Lehrer, ja. Und zwar befristeter Vertrag, ja. Mhm. Und, ähm, dann hat er, hat er an einem Abend die Chance, ähm, bei einem Jazz-Club aufzutreten, und zwar für eine, ähm, berühmte Sängerin, ja. Und das ist praktisch für ihn die Chance, als Musiker, wirklich als ernstzunehmter Musiker durchzustarten, als Jazz-Musiker. Und, der Weg dahin, ja, wie er, wie er, ähm, dargestellt wird, also auch in dieser Schulklasse, ja, wie er da über Musik spricht und über seine Erfahrungen mit Musik, ja. Da merkt man, dass, dass der eigentlich im Klassenraum nichts zu suchen hat, erst mal, ja. So wie es da dargestellt ist, ja. Klar hat er das. Und man hat auch gesehen, dass, dass seine Geschichte auch Anklang gefunden hat bei den Schülern, und, äh, bei den Schülern. Und mir als Lehrer, da geht natürlich direkt alles unter die Haut, ja, wenn, wenn er da so spielt und man sieht diese, man sieht diese Schülerin, die, die da das Instrument hat und auch, ähm, total in dieser Geschichte aufgeht und selber auch so kreativ ist und selber arbeitet und daran arbeitet. Und, also eine wundervolle Situation. Wirklich nur diese kleine Sequenz. Das ist die erste Sequenz, die da drin war, oder, in dem Film? Das war die erste, genau, ja. Total gut, total gut, ja. Und dann geht er da auch. Ich fand es übrigens auch geil, wie die, ähm, Melodie von, von der, die Disney-Fanfara am Anfang so ganz schief gespielt wurde. Ja, 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 weil es ja die Schülklasse ist. Richtig, richtig witzig. Und, und dann, dann hat er halt eben diese Chance, diesen, diesen Song zu, äh, bei dieser, bei dieser, ähm, Musikerin vorzuspielen. Und dann macht er das auch, ja. Und erst mal ist es ein bisschen, ähm, erst mal kommt es ja ein bisschen komisch rüber, die sind alle ein bisschen skeptisch, ja. Und dann gibt er so alles und verliert sich da komplett drin, in dieser, in dieser, ähm, Musik, ja. Und dann, dann wurde er auch, dann wurde er auch so anerkannt von der, ja. Also, er hat die Anerkennung nicht über, darüber erreicht, was er macht oder sowas, und das war ja auch vollkommen egal, sondern er hat die Anerkennung nur erreicht über diese Melodie und über diese Musik und das war, das war so plötzlich so, wow, okay, er hat jetzt sein Ziel, gell, der muss das schaffen. Und dann dachte ich, okay, wenn das jetzt so ein klassischer Disney-Film ist, mhm, dann wird ihm jetzt etwas in den Weg gestellt und ich hab ja das Cover gesehen und dachte so, okay, ja, jetzt geht's darum, jetzt kommt hier irgendwas und er muss alles erreichen, um da wieder hinzukommen, ja. Ja. Und der Film hat mir das zwar auch gegeben, aber noch viel, viel mehr als das. Also, wir können ja erst mal sagen, wir sind, wir reden über alles, Film, also Spoiler-Warnung, oder? Ja. Wir können direkt voll losstarten. Ich find, ich wusste ja relativ, also ich wusste fast gar nichts über den Film. Ich auch nicht. Also je mehr, also je weniger man weiß, desto besser, wie eigentlich bei jedem Film, aber das ist hier total wichtig, weil man weiß halt, dass es irgendwann dann ein bisschen ins Übernatürliche geht, aber nicht wie und wann. Und ich fand das so geil, wenn er dann, wie du sagst, dann dieses, diesen Auftritt bekommt und sich total freut und dann plötzlich in dieses Loch fällt. ja, das war übrigens auch wieder eine klassische, so eine klassische Slapstick-Situation, der rennt da halt eben durch die Stadt komplett benebelt von Glück, ja, durch die, durch die gefährlichsten Situationen überhaupt, ja, ja, wo er, wo er da an dieser Baustelle vorbeiläuft und so, an den Autos, da denkt man ganz so, oh Gott, der stirbt doch jetzt, ja, man ist schon klar, das hat irgendwas mit diesem Tod zu tun und sowas, ja, der stirbt doch jetzt und dann fliegt er da einfach diesen blöden Gulli-Deckel runter, ja, und dann ist er plötzlich tot. Ja, ist er plötzlich tot, ja. Also er ist nicht wirklich tot, er liegt ja im Koma, aber das war schon so ein, das war so ein Moment, wo wir haben das zu dritt geguckt und wir waren alle so, wow, what the fuck? Ja. Und dann kommt der erst, kommt der erst, ähm, Title Card mit, mit dem Titel Soul und dann geht's erst richtig los. Richtig, richtig, genau, ja, auch das war so, das war so, wow, das war jetzt eine extrem lange Einladung, ich hab gar nicht bemerkt gehabt, dass die, dass der Titel nicht kam, gell? Ja. Bis zu diesem Zeitpunkt, genau, ich hab dich, ja. Oh, wow. Und dann geht's erst richtig los. Das ist, also erst mal ein bisschen was zum, zum Film, das ist ein Pixar-Film und ich denke mal, Pixar kennen wahrscheinlich die meisten, Toy Story und Monster AG und Findet Nemo und was weiß ich noch, alles. Aber die haben, Pixar hat ja dieses, hat ja 2020 zwei Filme rausgebracht, diesen Onward. Ja, genau, Onward und Soul, oder nicht? Onward und Soul, hast du Onward gesehen? Nee, hab ich nicht gesehen, aber alle haben gesagt, der sei auch richtig gut. Ja, also ich glaub, da sind die Meinungen deutlich gespaltener bei Onward. Also wir haben den auch gesehen und fanden den auch unterhaltsam, aber ich glaub, die meisten sind eher der, an sich das Soul, der deutlich bessere Pixar-Film ist. Ja, ja, das sowieso, das sowieso, ich glaube, ich glaube, dass die, dass die, wenn die beiden verglichen werden, dass die gesagt werden, okay, dass Soul definitiv besser ist, aber ich dachte, Soul Onward wurde nicht so zerrissen, zerrissen, oder ist der richtige Kritik geraten? Nein, nein, das nicht, aber es war jetzt auch nicht so, weil von Pixar sind viele ja immer noch relativ viel, also sie erwarten ja noch sehr viel von Pixar, auch wenn sie jetzt schon drei Cast-Filme gemacht haben, aber Soul war so der erste, das war auch von, von Pete Docter, oder wie der heißt, der hat unter anderem auch Oben gemacht und Alles steht Kopf und glaube ich, die ersten beiden Toy-Story-Filme, also das war wieder von einem Regisseur, der wieder, also so einer von den großen Pixar-Regisseuren. Ja. Wo dann viele auch gedacht haben, das wird wieder so ein großes Meisterwerk und Soul war ja für die meisten, denke ich auch, so ein kleines Meisterwerk. Ja. Ich meine, du findest ihn ja auch klasse, ne? War es jetzt Soul? Ja. Du liebst diesen Film, nehme ich mal an, das klingt so danach. Ja, ja. Das ist ein Film, den würde ich auch einfach, also zum Beispiel jetzt, klar, jetzt kommen meine Nichten demnächst, ja? Das ist ein Film, den würde ich mit denen gucken. Ja, auf jeden Fall, ne? Wobei, also ich habe das Gefühl, Soul ist für mich der bisher erwachsenste Pixar-Film. Also der ist ... Das ist richtig, ja, aber du musst ja bedenken, dass meine Nichten 10 und 12 sind. Ja, also das kriegen sie auf, also selbst kleinere Kinder können damit super gut umgehen. Ich finde, Pixar kann das immer fantastisch, sehr reife und komplexe Themen Kindern nahe zu bringen. Also hier geht's ja um, ne, um die Seele und was die Seele ausmacht. Und das ist ja ... Ganz genau. ... ein schwieriges Thema, wenn du mal drüber nachdenkst. Aber ich finde das ... Nicht nur so. Ich finde, der Film bringt das jüngeren Zuschauern, glaube ich, auf eine sehr tolle Art und Weise näher. Ich finde, es geht hier sogar nicht mal mehr so stark um Seele, ja? Ich weiß natürlich, dass es Seele, Seele, Seele ist und sowas die ganze Zeit, ja? Aber ich finde, dass Seele in diesem Film nur ein Medium ist, ja? Um halt eben die Story zu erzählen. Die Story ist eine Geschichte, die sich sehr stark mit der essentiellen Frage nach dem Sinn im Leben beschäftigt. Der Sinn im Leben, ja, genau. Der Sinn in meinem Leben, ja? Und was ist der Sinn des Lebens, ja? Ja. Das ist immer so eine klassische Frage, die man so gerne Scherzhaft stellt. Aber es ist der Wahnsinn, ja? Wie pointiert die hier damit umgehen, ja? Und wie vielseitig dieser Film das aufarbeitet, ja? Vor allen Dingen gerade, wenn man so heutzutage, ich kann es, also ich sage jetzt mal so ganz grob, ich bin jetzt 30, ich bin Lehrer, gell? Ich habe ja praktisch meinen Weg gefunden. Aber auch nicht, ja? Weil der Film stellt jetzt hier so dar, was ist, wenn man den Weg gefunden hat, ja? Das ist so gegen Ende hin, ja? Ob es das richtig ist oder ob es da vorbei ist, ja? Nee, eben nicht. Es geht ja immer weiter und immer weiter. Und das ist so interessant gewesen, weil es gibt ja sehr, sehr viele Menschen, die haben ihren Weg noch nicht gefunden, ja? Oder die irren halt einfach irgendwo umher. Und dafür gibt es den kompletten Charakter 22. Mhm, genau, genau. Dieser komplette Charakter, der ist, der ist, erst mal dachte ich, es ist der nervige Sidekick, ja? Aber, aber es ist so viel mehr, diese Figur. Ja, also, also um, um, ist das Spoiler-Material jetzt? Ja, ja, ich würde sagen, von Anfang an einfach. Spoiler, bam. Also, ich fand halt eben, nachdem der halt eben da war und gestorben ist, ja? Also, seine Seele halt eben langsam aufgeht in den Himmel. Ja. Und was auch immer das sein soll. Man hat ja gemerkt, der hat ja, der hat ja, der war ja so unzufrieden damit, mit seiner Situation. Der wollte unbedingt das noch erreichen, weil er das Gefühl hatte, er war kurz davor, den Sinn in seinem Leben zu finden, ja? Und sich, also erfüllt zu sein. Mhm. So dachte Motto, wenn ich das jetzt mache, danach kann ich beruhigt sterben. Genau. Und das hat ihn dazu geleitet, von dieser Bahn, dort zu sterben, auch runterzuspringen. Der ist da ausgebrochen, ja? Der ist, der hat, der hat praktisch das Schicksal gewendet, ja? Mhm. Und der ist dann da runtergesprungen und, äh, durch diese verschiedenen Dimensionen, was schon richtig, also animationstechnisch, richtig geil animiert wurde. Ja, also, also visuell ist das bisher der beste Pixar-Film. Absolut, ja. So eine tolle Mischung aus Fotorealismus und, also, comichaftem Stil. Ja. Also, äh, wirklich, wirklich stark. Und du musst dir, du musst dir das mal angucken, wie, wie die darüber sprechen in dem Making-of dort, gell? Ähm, wie die, wie die Kommunikation da stattfindet. Also, wie die, wie die Artists überlegen, wie die 3D-Designer das darstellen können, was sie in ihrem Kopf haben. Total geil. Mhm. Jedenfalls kommt er dann da an, in, ähm, praktisch in dem, in dem Vorseits, oder? Also, der Vorseits heißt es, glaub ich, im Deutschen. Ja, genau, genau, irgendwie so. Ähm, genau. Und, ähm, das ist praktisch der Ort, wo die Seelen gebildet werden für die noch nicht geborenen Kinder, gell? Ja. Also, für die Neugeborenen, ja? Ja. Da, da werden also die ganzen Persönlichkeiten gebildet. Und das ist total cool, weil, ähm, die haben, wie viele Eigenschaften haben sie? Fünf, oder? Oder sechs? Oh, weiß ich jetzt nicht. Also, sie haben halt so ein paar, und das ist ja auch der Gag, du wirst ein kleiner Psycho. Und das ist, das ist so nach dem Motto, ne? Ja, genau, genau. Ja, ja, richtig. Und dann kriegen die halt so sechs, die kriegen halt eben fünf Eigenschaften, oder sechs, ich hab's jetzt grad nicht im Kopf. Und, äh, das sind dann also ... Und dann individuelle Teile noch mit dazu, in Form von diesen, von diesen Stickern quasi, ne? Die sie auf ihrer Brust haben, oder so. Genau, genau. Also, das macht dich aus, ja? Das ist so, du wirst ein bisschen, du wirst ein Egoist, ja, oder sowas. Und ihr sechs werdet Egoisten. Und dann gehen die da rein in so eine Kapsel, oder in so ein Gebäude, und dann werden die praktisch so Egoisten ausgebildet, beziehungsweise ihre egoistische Schiene wird dann ausgebildet, ja? Ihr werdet rachsüchtig und so ein Kram. Und dann haben die ihre Eigenschaften. Und das reicht ja theoretisch schon, um ein Mensch zu sein. Aber dann ist ja der Witz ... Gibt's in der Mitte noch etwas, ja? Wie haben sie es genannt? Die Flamme. Die Berufung. Die Berufung, ja. Also praktisch das, was dieses Zündlein ausmacht, ja? Und die ganze Zeit geht's darum, okay, was ist denn diese Berufung von jemandem? Also, was ist das, was man im Leben erreichen möchte? Ach so, ja, die Berufung, das hat, glaub ich, der Joe gesagt. Was ist deine Berufung? Aber sie, genau, sie haben es anders benannt, der ... Ja, die Flamme, der ... Ja, ich weiß auch nicht, wie sie es genau genannt haben, aber so der letzte, der eigentliche Grund, warum er oder sie leben will oder soll. Genau, richtig, richtig. Und das ist so, das war so, das ist eigentlich der wichtigste Bestandteil, ja, der Grund zum Leben, ja? Und die haben aber alle gedacht, und auch in der ersten Sequenz, also wo er das erste Mal in der Vorsatz ist, da geht's die ganze Zeit um eine Berufung, ja? Und deswegen haben alle ja irgendwie Berufe vorgestellt, ja? Man durfte sich mit dem und dem beschäftigen, ja? Für manche war es die Pizza oder sowas, es ging halt eben darum, herauszufinden, was es ist, ja? Und die haben die Möglichkeit gehabt, alles, auf alles zurückzugreifen, auf seine Erinnerungen, ja? Und dann sollte praktisch, dann kriegt jeder, jeder, der stirbt, hat halt eben als Mentor die Möglichkeit, jemanden zu kriegen, also eine Seele, und dann darf er ihm alles zeigen und da könnte die Person oder diese Seele praktisch auch eine Berufung finden. Und da kommt halt eben jetzt ins Spiel diese Seele 22, ja? Was schon ein absolut großartiger Witz ist, ja? Dass sie mit den ganzen Größen da zusammengearbeitet hat und keiner konnte mit ihr irgendwas anfangen. Der Witz ist schon, der Witz hat schon angefangen, weil die vorher schon so sagen, hier, Seele ... Nummer 3428. Du, das waren ja Milliarden, ja? Das waren ja Milliarden. Die haben so riesige Zahlen, weil sie sind so viele Menschen, ja? Die haben also die riesigen Zahlen gesagt und dann heißt es plötzlich so, und sie kriegen Seele 22. Oh Gott. Ja, ja, genau. Unser Problemkind. Ja, genau. Der schon ein paar Jahrhunderte sitzen geblieben ist. Ey, Tausende, Millionen, ja? Ja, ja, genau. Das Geile ist natürlich dieses ... Dann hat man auch immer wieder den Running Gag, dass diese Seele halt eben auf Seelen von berühmten Wissenschaftlern und Sportlern und berühmten Persönlichkeiten trifft, ja? Gandhi, Bayer, Mother Teresa, Muhammad Ali, genau, Gandhi. Die haben alle ihr bestes Versuch, um 22 halt eben einen Funken im Leben zu geben. Der Funke, ja. Der Funke, das war's. Und die sind alle gescheitert, ja? Ja, und wurden alle ad absurdum geführt, ja? Ja, genau. Was so witzig war. Aber gleichzeitig war das halt eben auch so ... Also, ich dachte mir so, okay, gut, die haben vielleicht irgendwann mal alle Berufe durch, ja? Und diese 22, die ja irgendwie gar keinen Bock auf diese ganze Sache hat, da merkt man ja relativ schnell auch, das hat ja nicht nur unbedingt viel mit Lust zu tun, sondern es ist schon Verzweiflung irgendwo. Mhm. Also, hat sich selbst aufgegeben und hat das Gefühl, dass alle anderen sie aufgegeben haben. Ja, es ist ein toller Charakter. Also, das passt, wie du sagst, zu vielen, glaube ich, die so eine Existenzkrise haben und nicht wissen, wohin mit sich im Leben. Und das ist eine tolle Figur für diese Leute, glaube ich. Ja, ja, total. Und vor allen Dingen ihr Grund dann, warum sie leben will, ist so was Kleines, eigentlich Banales, aber auch so Schönes. Und das ist richtig toll. Ich finde, die Message des Films ist wirklich stark. Ja. Dass dieser eine Typ dann zu dem Joe Gardner sagt, die Berufung ist doch nicht der Funke. Und es ist so eine tolle Message. Es ist so eine tolle und wichtige Message, dass die Berufung niemals der Grund sein muss oder sollte, warum man lebt. Ja, richtig. Das finde ich eine unglaublich wichtige Message, gerade heute, im heutigen Zeitalter. Ja, absolut. Es geht hier nicht um dieses ganze Zeit liefern, liefern, liefern. Es geht darum, zu genießen, also die Zeit zu genießen, die man hat. Und auch, also jetzt mal so ein bisschen klischeehaft zu sagen, um auch die Möglichkeit zu haben, gerne hier zu sein und es zu lieben, ja. Und dieser Begriff Liebe auch, ja. Sich selbst auch zu akzeptieren und zu lieben. Sich selbst, ja, genau. Das ist auch ein großes Thema in dem Film. Genau, genau. Und das ist auf jeden Fall das, worauf es halt am Ende hingeht, ja. Und um da hinzukommen, gab es halt eben einen sehr, sehr langen Teil, den zweiten Teil des Films praktisch, ja, wenn man es so sagen darf. Wo Joe und die 22 es schaffen, in die Menschenwelt wiederzukommen. Genau. Aber nicht als sie selbst. Genau, nicht als sie selbst, sondern 22 geht halt eben in den Körper von Joe. Und Joe geht halt eben in den Körper von einer Katze, ja. Eine dicke, puschelige Katze. Eine dicke, puschelige Katze. Dann denkt man sich, okay, gut, das ist jetzt hier wieder der Humor, gell, und alles drum und dran. Ja, klar. Also, wenn ich einfach nur so grob die Handlung sagen würde, ohne den Hintergrund zu erzählen, dann klingt das halt eben wie so ein Slapstick-Humor, ja. Genau, ja. Aber, aber, wenn, also, als dann halt eben diese Sequenzen da kamen, ja, und diese Auseinandersetzungen, ja, dass das 22 im Körper von dem Joe, dem Joe die Möglichkeit bietet, anders auf sein Leben zu schauen, ja. Ja. Das fand ich halt eben cool. Vor allen Dingen, es hat auch nicht direkt geklickt, ja, weil der Joe hat sich ständig immer noch in sich selbst gesehen, ja. Es hat ja erst Klick gemacht nach einer langen Zeit, ja, nach mehreren Situationen. Ja. Ich fand das so krass, also die Friseursalon-Situation, ja. Die war toll. Das war total toll, ja. Wie, wie, wie diese Leute da anders, also, weil, weil der, weil diese Person so offen war, ja. Ein offenes Gespräch hat, hat alle verändert, ja, auf irgendeine gewisse Art und Weise, hat alle beeinflusst, hat alle irgendwie, hat allen Energie gegeben. Mhm. Ja. Also Offenheit und Ehrlichkeit, das, das, das haben die Leute da gar nicht erwartet, aber die waren alle begeistert davon, ja. Und ich war auch, ich war total hin und weg davon. Und auch, wie er dann natürlich gesehen hat, dass sie von den kleinsten Dingen so begeistert war, von, von der Dusche oder von einem Stück Pizza. Und dann plötzlich so viele Lebens, so viel Lebensfreude und so winzig kleinen, banalen Dingen gesehen hat. Genau. Und das ist auch, das ist, das stimmt, das ist wirklich sehr toll, das ist nicht nur ein Haha, er ist eine Katze und hihihi, tahaha, sondern es hat halt einen Grund, warum, warum er jetzt nicht er selbst ist, sondern warum er einen, ein wirklich nicht nur einen Blick auf sich von außerhalb bekommt, sondern auch so ein, also so ein Blick als Katze, so als Tier ist ja wirklich nochmal so eine ganz andere Distanz, ne. Also du bist irgendwie bei dir, aber irgendwie auch nicht, du bist halt neben dir im wahrsten Sinne des Wortes, das passt super gut. Anstelle halt eben, dass der Film so, ähm, sein Crescendo in so einer Sequenz hat, ja, haben sie gleich mehrere von diesen Sequenzen rausgehauen, ja. Also, also diese Sequenz und dann halt eben noch, also kurz davor, sag ich jetzt mal, die Sequenz, wo diese Schülerin da auftaucht vor der Tür. Ah, die Szene war auch gut, ja. Gänsehaut, ja, Gänsehaut pur. Also, wo diese Schülerin, ähm, so, so eigentlich einen ähnlichen Struggle erlebt wie 22, ja, auf der Suche, halt eben das zu finden, was, was ihr etwas, was etwas bedeutet, ja. Genau. Und, aber nur halt eben in sich etwas Kleines, so, so einen Hauch gespürt hat, aber sie ist sich so unsicher, ja, und benötigt etwas Hilfe in dieser Hinsicht, ja. Ja. Und, ähm, dass, dass 22 dann halt einfach so, als, als Joe gesagt hat, nö, mach, also ich, 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 ich so, okay, mach halt, was du willst, ja, gib halt eben auf, ja. Mhm. Äh, ernsthaft, ähm, also Joe, äh, die, die 22 hat ernsthaft gesagt, jo, hör auf, ja, weil die hat, die war ja sehr, sehr egoistisch in dieser Phase. Genau, die hat gesagt, ja, mach halt. Ja, genau. Aber das, dass dieses Mädchen, das, diese Schülerin gesagt hat, nein, 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 hör auf, hör auf, ja, also ich probier's doch weiter, ja. Ja, und, dass, dass sie, dass sie in dieser Situation erkannt hat für sich, dass das etwas ist, was sie, was sie machen möchte. Mhm. Und da weiß man auch schon, dass das eine, dass das etwas ist, etwas, äh, eine Begeisterung, die in ihr entfacht bleibt, ja. Ja, genau, genau, beziehungsweise er hat ja immer, er hat ja gesagt, die ist immer so, sie, die will, sie will aufhören und dann kommt sie wieder zurück. Es ist so ein Hin- und Hergerissen, aber das ist halt auch total menschlich. Ja, richtig, richtig, richtig. Menschlich war es auf jeden Fall. Nur ich hab das Gefühl gehabt, dass nach dieser Sequenz ist es nicht mehr so, ja. Weil er hat das, er hat das ja schon so, so, weißt du, er hat das ja schon so, so leblos gesagt, er hat das gesagt, ja, das ist ja immer so, gell. Mhm. Aber das ist ja nicht, das ist ja nicht so einfach zu handhaben, also es ist ja nicht so einfach zu behandeln. Das, was da passiert ist, nichts Einfaches, ja, für dieses, für dieses Mädchen. Es ist nicht einfach nur ein Hin und Her, ja. Es ist ja wirklich, ähm, der Weg, sich dazu, zu entscheiden, äh, auf, auf das eigene Herz zu hören, ja. Und das ist etwas Gewaltiges in der Lebenswelt dieses Mädchens. Ja, das stimmt, das stimmt. Und das war so, das war fantastisch, weil das ja auch irgendwie so, ohne mit dem Finger drauf zu zeigen, eigentlich das ist, was die 22 auch die ganze Zeit wollte, ja. Mhm. Und der witzige Punkt ist ja, das ist auch das, was beim Film dann so, so passiert, gell. Als nämlich das Mädchen das Gefühl bekommen hat, es hört jetzt auf, sie hat jetzt nicht mehr die Chance, das zu machen, diese Musik, hat sie erkannt, dass es das ist, was sie möchte. Und genauso war es auch bei 22. Ja. Mhm. Als sie nämlich, die, also als ihr nämlich die Chance, also beziehungsweise als ihr nämlich gezeigt wurde, okay, wir nehmen dich jetzt weg, du gibst es jetzt auf, ja, dieses Leben. Genau, ja. Da hat sie sich ja total dran geklammert. Da hat sie dann plötzlich gemerkt so, oh nein, das ist doch gar nicht so scheiße, wie ich gedacht hab. Ja, genau, genau. Und auch die Sequenz mit der Mutter, ja. Ich wollt's grad sagen, ich find auch, die Mutter ist eine sehr tolle Figur in dem Film, weil die so einen sehr schönen Konflikt da reinbringt. Ja. Einen sehr, einen sehr realistischen Konflikt. Sie ist nicht nur da, um zu sagen, du musst was Ordentliches machen, sondern sie unterstützt ihn ja auch in dem, was er gerne machen möchte. Aber es ist halt so ein Hin- und Hergerissen. Du musst schon gucken, dass du irgendwie durchs Leben kommst, dass du deine Rechnung bezahlen kannst und du kannst nicht immer nur deinen Träumen nachjagen, aber wenn, dann werde ich versuchen, dich zu unterstützen. Das ist so eine schöne Balance gewesen, find ich. Weil normalerweise in solchen Filmen sind die Eltern oder wer auch immer, der dann sagt, nein, du sollst deine Träume nicht verfolgen, sind immer so einseitig und eindimensional. Und das war so eine schöne, das war weder schwarz noch weiß, es war so schön grau. Ja, und vor allen Dingen haben die ja auch, also da hat der Joe ja, weil das ja auch die dritte Aktion war, die dritte Interaktion. Die erste war ja mit dem Mädchen im Treppenhaus, die zweite war ja dann im Friseursalon. Ja, und das war die dritte Interaktion mit der Mutter, ja. Da hat er dann mehr und mehr Verständnis, also hat er mehr und mehr ein Gefühl für sein Leben bekommen, ja. Und da ist er komplett, also er hat ja auch alles praktisch paraphrasiert, ja, was sie sagen sollte, die 22. Und das war, ich glaube, weil er nicht in dieser Situation gesteckt hat, in dem Körper gesteckt hat, ja, und nicht von seinen Gefühlen da ein bisschen, also nicht, ich sag jetzt mal, schwierig jetzt von Gefühlen, aber weil er nicht im selben Schema drin gesteckt hat in seinem Körper, hat er die Möglichkeit gehabt, endlich die Worte zu finden, die er gebraucht hat, ja. Und weil er das erlebt hat, auch was da vorher passiert ist. Der hat ja, der hat ja dann die richtigen Worte gebracht, die die Mutter überzeugt haben. Ja. Ja. Und das war, das war wundervoll, das war eine wundervolle Sequenz. Ja, diese, diese zwischenmenschlichen Momente, die sind sehr stark. Richtig. Finde ich auch. Was ich auch sehr schön finde an dem Film, ist die Musik. Ich finde es sehr schön, dass die menschliche Welt und diese übernatürliche Vorseitswelt so musikalisch schön getrennt sind. Also die, diese, diese Zwischenwelt, die ist ja sehr elektronisch angehaucht, das fand ich sehr toll. Und die menschliche Welt war dann halt vor allen Dingen Jazz, um das Organische zu zeigen. Und das fand ich sehr cool, ich fand die Musik echt stark in dem Film. Optisch war es ja sowieso klasse. Ja. Und es war ein, es ist vor allen Dingen ein, ein sehr erwachsener Film, eine erwachsene Message, ne, gegen Ende. Ich hab am Ende, wir haben es zu dritt geguckt, hab ich ja gesagt, und wir waren, waren alle der Meinung, dass am Ende, dass er am Ende stirbt. Dass er sein Leben gibt, der mit 22 leben kann. Dachte ich auch. War ich fest davon überzeugt und als es dann nicht so war, als er dann noch eine Chance bekommen hat, hab ich gedacht, ah, schade, schade. Finde ich, ne, finde ich schade, dass sie es nicht gemacht haben. Dann denke ich mir auch wieder, für einen Pixar-Film wäre da sehr düster, diese Message. Da ist ein bisschen Positivität am Ende, glaube ich, sehr gut und wichtig. Ja. Aber es wäre natürlich irgendwie auch schön rund gewesen, wenn, wenn das so seine, seine Aufgabe gewesen wäre. Oder sein, sein Funke. Weißt du, dass er einem anderen quasi das Tolle am Leben zeigt. Ja, der Punkt ist aber, genau das ist ja auch der Funke und den Funken lebt er dann weiter. Der, also, er hat ja auch, also er hat ja auch nicht die Musik als Funken in sich, das hat er ja auch irgendwie erkannt. Auch er hat ja gemerkt, als er dann diesen Auftritt hatte, dass es nicht das WSI für ihn ist. Und als er dann nach Hause gegangen ist, der, ja, und dann da auf dem Klavier gespielt hat und da hat, da ist ihm, ist ihm auch was klar geworden, ja. Mhm. Und ich, ich finde, also dann, also er hat ja dann 22 auch gerettet und ich dachte so, wow, das ist schon, also eigentlich hätte ich gedacht wirklich vor Anfang an schon so, ja gut, äh, der opfert sich dann und dann kriegt sie halt eben das Leben, ja. Bevor er überhaupt diesen Jazz-Auftritt hat, dachte ich sogar schon, ja. Mhm. Aber dann ist er ja da so egoistisch reingesprungen und hat das dann gemacht, ja. Und dann dachte ich, okay, jetzt rettet er sie aber vielleicht doch noch irgendwann und dann ist okay, dann öpfert er sich. Aber er hat es ja auch nicht getan, so wie du es gesagt hast, ja. Oder, ähm, der hat aber was komplett anderes für sich entdeckt in dieser Zeit. Und, ähm, ich finde, es wäre halt eben schade gewesen, wenn, wenn das Erreichen seines Funkens, ja, also diese Erkenntnis, was ein Funke ist, wenn das das Ende gewesen wäre, ja, für ihn. Ja. Weil dann hätte er ja, hätte er es ja nicht nutzen können, er hätte ja nicht, er hätte es ja nicht leben können, weißt du. Es ist genauso wie zu sagen, okay, hey, ähm, ich sag jetzt mal so tragisch auf eine gewisse Art und Weise wie jemand, der an seinem Hochzeitstag stirbt, ja. Mhm. Oder ein Tag, äh, so, der, der so erkennt, okay, hier, das ist der schönste Tag und dann da stirbt, ja. Der gar nicht die Chance hatte, die ganze schöne Zeit danach noch zu erleben, ja. Ja. Es hat, es hat für mich einfach auch was damit zu tun, akzeptieren, was Sache ist und es ist so ein, halt so dieses bisschen Happy End am Ende, dass er dann nochmal die Chance bekommt, sein Leben zu leben und ich hab halt gedacht so, es wäre natürlich auch schön, wenn er dann akzeptieren muss, er ist gestorben und konnte aber trotzdem noch in seinem Tod was Gutes erreichen, aber das ist, also wie gesagt, ich finde, was du sagst. Er hat es ja akzeptiert. Er hat es, er hat es akzeptiert, das stimmt, auf jeden Fall, das ist auch, ist auch schön. Äh, ich unterschreiche trotzdem das, was du sagst, es ist schön, dass er die Möglichkeit hat, das auszuleben, diesen Funken, den er gefunden hat und es ist einfach auch eine positive Message und das braucht so ein Pixar-Film, glaube ich auch, ein Pixar-Film kann jetzt nicht, es könnte er schon, aber das ist halt ein Film, der auch Kinder ansprechen soll und da kannst du jetzt nicht so ein, so ein Ende machen, finde ich, das ist schon ein bisschen sehr düster. Ja. Es ist, ich finde halt eben, es muss halt eben auch irgendwie etwas Motivierendes in sich haben, ja. Ja, genau, was Motivierendes, das stimmt. Und das hat der Film auf jeden Fall. Ja, allerdings, also allerdings, wirklich. Ich fand die Szene toll mit diesem Typen, der an der Aktie arbeitet und dann plötzlich die Gesinnung bekommt und dann, was mach ich in meinem Leben und dann fand ich ausrastet. Richtig, richtig, komplett, ey, dann alles wegwirft und kaputt macht. Ist schon geil. Gibt es Sachen oder Szenen oder was weiß ich, irgendwas, was dir nicht gefallen hat? Allerhöchstens, würde ich sagen, allerhöchstens, ja. Vielleicht die Sequenzen nach dem, also die sind ja dann da rausgegangen aus dem Krankenhaus und dann gab es ja so ein bisschen Sequenz, ja, hier und da mit dem, mit der Flucht, ja, also dass sie da überhaupt lernt zu gehen, ja. Mhm. Und dass sie dann da auf diese, auf diese Dings getroffen ist, auf diese Sängerin, ja. Ja, genau. Ich finde, gerade das fand ich unnötig, ja, dass es so einen Druck aufgebaut hat, weil es war ja sowieso klar, dass der zu diesem Zeitpunkt am Abend dort auftauchen muss, ja. Mhm. Ja. Das war klar. Ähm, ich fand halt eben, das, das war das Einzige, wo ich sagen würde, es war jetzt unnötig, dass sie dann halt eben da nochmal Stress gemacht haben. Ja, Stress hatte er eh genug. Okay, genau, er hatte ja eh genug Stress und er wusste ja, dass er am Abend da auftauchen muss und er wusste ja auch sicherlich, dass er schick sein muss, das hätten sie auch anders lösen können, ja. Mhm. Deswegen würde ich sagen, das ist das Einzige, wo ich sagen würde, ja, das war vielleicht ein bisschen blöde, ja. Ich fand's auch witzig, wie der, wie die Charaktere waren, ja, also die, die, ähm, anderseitigen Charaktere, ja, die vom, davorseits, ich fand das tatsächlich auch recht witzig, äh, diese 2D-Figuren, ja. Das fand ich sehr cool gemacht. Die waren optisch sehr ... Die Pädagogen praktisch und dann halt eben die, die zählende, also der zählende Typ. Terry. Terry, genau. Und, ähm, das fand ich auch, das fand ich auch sehr, sehr geschickt gemacht, ja. Ich muss sagen, ich, ich muss sagen, ähm, mir haben, mir hat der Humor manchmal nicht gefallen. Ja. Der war mir ein bisschen, manchmal ein bisschen zu, wie sagt man, over the top, ne, also so ein bisschen zu modern, also zu zeitgenössisch, also so Sachen wie der Schweigefuchs und so fand ich ein bisschen, äh. Also der Humor hat mir manchmal gar nicht so zugesagt und was, was ich, was ich tatsächlich nicht so, also irgendwie hat mich, ich weiß nicht wann es war, aber irgendwie als er im Finale durch das Klavier nochmal an die andere, in diese Zone gekommen ist. Wo er dann diesen Typen auf dem, wie er die Typen, den Typen auf dem Schiff gefunden hat und dann haben die ja 22 gesucht. Und da hab ich dann so gedacht, ah, jetzt ist es, das fand ich ein bisschen schade, dass es dann so, ich sag mal, einfach für ihn war, in diese andere Dimension zu kommen. Das war dann ein bisschen, ja, er muss halt jetzt an sein Ziel kommen und da muss man ihn irgendwie nochmal in diese Welt bekommen. Aber das fand ich ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwie hat mir das nicht ganz so gefallen, dass er dann so schnell in diese Welt reinkommt. Genau wie dieser Hippie, weißt du, der dann sich so quasi in so, entweder einen Drogenrausch oder was weiß ich, was der da macht und dann ist er plötzlich. Nee, Flow, Flow. In den Flow, ja. Aber dann ist er halt in dieser anderen Welt. Also, ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie hat mir das nicht ganz so gefallen, also gegen Ende, wie er dann so rumgeswitcht ist. Ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwie war das, hat mir das so nicht gefallen. Ich weiß nicht, ich kann ja verstehen, was du damit sagen möchtest. Ich kann ja verstehen, was du damit sagen möchtest. Aber ich finde halt eben, der Film hat das sehr, sehr gut aufbereitet, mit diesem Flow auch, ja. Also nicht nur mit der Erklärung, was es ist, sondern auch halt eben, der Joe, der wollte ja da gar nicht hin. Der Joe hat sich da nicht hingesetzt, um das Ziel zu erreichen, da hinzugehen. Ja, er hat natürlich an 22 gedacht und sowas, ja. Ja, aber eigentlich hat er diesen Moment ja nur die Musik wieder für sich im Privaten entdeckt, ja. Und dann war er halt eben im Flow. Mhm. Und weil er ja schon mal irgendwie diese Nahtoderfahrung hatte, hat er gemerkt, oh Gott, scheiße, ich kann doch noch was verändern, ja. Mhm. Also er wollte dann doch diese Chance noch nutzen und das mal ändern. Deswegen dachte ich, also es war nicht unpassend. Also für mich, in meiner Perspektive, war das sehr, sehr passend und es war halt eben auch nicht forciert, finde ich. Mhm. Ja, ich, eigentlich, eigentlich ist es auch nicht forciert gewesen. Also irgendwie hat es mir halt nicht ganz zugesagt. Ich kann es auch gar nicht so beschreiben, aber im Prinzip, in der Theorie finde ich auch alles schlüssig, so wie es passiert und auch gut erzählt. Aber, aber na gut, es ist halt dann, mein Gott, ich finde der Film ist trotzdem sehr stark. und toll gemacht. Also das sind dann halt so kleine, es ist nitpicking, wie man dann so schön sagt. Ja. Hast du eigentlich den neuen Disney-Film gesehen? Du meinst Raya and the Last Dragon? Ja. Nein, noch nicht. Ich habe was viel Besseres gesehen. Mulan 2020. Und du lebst noch? Ich lebe noch, ja. Das ist tatsächlich so ein filmischer Holocaust gewesen, hatte ich das Gefühl. Das war einer der beleidigsten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Aber da können wir ein andermal vielleicht drüber reden. Ich habe Aladdin gesehen. Oh, Aladdin. Oh Gott. Von 2019, ne? Ja. Ach. Ach. Also, ich habe tatsächlich, also ich muss sagen, ich habe den Film ja dann gesehen mit Billy, ja. Hm, okay. Und das war der letzte Film, den ich noch mit ihr gesehen habe in ihrer Wohnung. Mhm. Bevor sie weggezogen ist und dachte so, okay, ja, das ist, ähm, puh. Das ist, als ob man einem Streit auseinander geht. Ne, sie fand ihn ja gut. Ach, sie fand ihn gut, okay. Ne, ist ja okay, sie kann ihn ja gut. Ist ja alles gut. Ne, also, ähm. Ich fand ihn schon echt ekelhaft. Ich weiß, welche Sequenz du meintest inzwischen mit der, mit der Jasmin. Diese unnötige Sequenz. Ja, hast du ihn in Englisch oder auf Deutsch geguckt? Ich glaube, ich habe ihn auf Deutsch geguckt. Ich weiß nicht, wie der Song in Deutsch heißt, im Englischen Speechless oder so, wo alle dann freeze-framen, ne, und sie macht dann ihren, ihren, äh, Feministen-Song. Also, nicht, dass Feminismus schlecht ist, ne, aber Disney, Disney versteht kein Feminismus. Auch Mulan, die verstehen das einfach nicht. Genau, die verstehen nicht den richtigen, den Sinn dahinter. Ja, genau. Sie, sie haben keine Ahnung von Feminismus und das ist das Problem. Ich, ich glaube manchmal, das ist einfach, dass die, dass die so versuchen, ohne Begründung, also, so falsche Stärke darzustellen, ja. Ja. Irgendwie. Dass das so, ah, ich weiß nicht, so, so falsche, erkulte Stärke, ah, ist schlecht zu sagen. Sie machen, sie machen, sie machen, sie machen, sie machen aus den weiblichen Charakteren, machen sie makellose Figuren, die kein Problem haben, also die Jasmin und vor allen Dingen Mulan in diesem Remake. Mulan hat keine Makel mehr, die ist einfach perfekt, von vorne bis hinten und das ist so langweilig. Ja, es geht nicht, ja. Und die Mulan in dem Original war halt eben nicht perfekt, das war der Unterschied. Kleiner Ausschweif jetzt zu Mulan und aller Dinge. Ja, aber es geht ja auch darum, dass das normalerweise Stärke ja auch häufig bedeutet, dass man, dass man auch mit eigenen Problemen klarkommt. Genau, genau. Und dort sind es meistens äußere Probleme, die zur Unterdrückung von denen gehören und die sie dann überwinden. Ja. Unabhängig davon, ob sie, ob sie eigene Probleme haben oder nicht und das kann man nicht ausschließen. Man kann die eigene Persönlichkeit bei sowas nicht ausschließen. Ja, eben. Ja, und deswegen, also ich war auch sehr skeptisch Disney, also ich bin Disney generell skeptisch gegenüber, aber ich hab so gedacht, ah ja, ja, jetzt haben sie aber in letzter Zeit viel scheißer gemacht. Also die Avengers zähle ich mal nicht dazu, ich bin ja ein Marvel-Fan, aber alles andere, was Disney gemacht hat, war so semi-geil in den letzten Jahren. Vor allen Dingen mit diesen ganzen unsäglichen Remakes. Und da war ich sehr froh, dass Pixar jetzt mal wieder was Tolles rausgehauen hat mit Soul und dann halt so einen tollen Film macht, also so einen richtig relevanten, bewegenden Film. Das fand ich sehr schön. Das war so der quasi wie Alles steht Kopf. Alles steht Kopf ist mein persönlicher Pixar-Lieblingsfilm, aber das ist auch so ein wundervoller Film und der halt sehr erwachsen ist und trotzdem Kinder, Erwachsene, Jugendliche, alle Altersgruppen anspricht. Also ein zeitloser Film halt auch irgendwie und das finde ich einfach toll an dem Film. Dass Soul zeitlos ist und relevant und erwachsen und halt diese komplexen Themen auch jüngeren Leuten, also Jugendlichen und Kindern auch nahe bringen kann, finde ich. Definitiv, definitiv. Also ja. Guckt euch nicht Mulan an, es ist abartig. Ja. Du, ich denke wir sind durch hier, ne? Mit unserem Einjährigen hier. Ja, würde ich sagen. Würde ich sagen. Eigentlich hätten wir noch irgendwas Spektakuläres machen müssen. So, keine Ahnung. Und ich kann ja vielleicht noch so einen Clown einfügen, der jongliert. Das wäre vielleicht ganz lustig. Und dann kann ich versuchen, dein Gesicht drüber zu machen, sodass du das dann bist. Hm. Weißt du, das ist quasi wie so ein kleines Abonnentenspecial oder so. Hm. Das große Abonnentenspecial. Ja, ich bin dabei. Ich weiß nicht, was irgendwann kommen wird, wenn wir die eine Million geknackt haben. Absolut, absolut. Die eine Million, du bist gut, ey. Ich sag dir, ich sag dir, wenn wir Nicolas Cage zu uns holen, den holen wir in einem Podcast mit und dann geht das von alleine. Ich sag dir, wenn du dem 50 Dollar bietest, der kommt noch. Dann kriegen wir eher Bruce Willis dafür. Oder keine Ahnung, keine Ahnung wen. Ähm, es gibt so ganz viele, auch, auch, wie heißt der? Ähm, John Cusack. Ist doch auch so ein Z-Schauspieler geworden jetzt. So ein Z-Promi. Der macht auch ganz viel Kacke. Oder Cuba Gooding Jr. Cuba Gooding Jr., nein. Doch, der macht auch ganz, ganz viel diese Scheiße, diese Kackfilme, diese billig. Das kannst du nicht. Filme. Ja. Ja. Kannst du nicht bringen. Weißt du, wo die Wikipedia-Seite nicht mehr hinterherkommt? So, oh, what the fuck? Was? Acht Filme in einem Jahr. Ja. In dem Sinne, alles Gute. Shishtox ist jetzt ein Jahr alt geworden. Ja, ganz genau. Wir haben es, glaube ich, nicht ganz geschafft. Ich weiß nicht, wann der erste rauskam. Irgendwann, ich glaube, das haben wir schon verpasst. Nein. Wartung. Nein? Nein. Vielleicht kriege ich es ja nicht. Ich beeile mich. Ich versuche mich zu beeilen. Wahrscheinlich wird es nicht klappen. Ja. Super. Dann sehen wir uns das nächste Mal, oder? Auf Wiedersehen. Rock die Bude. Ciao, ciao. Ciao.